Hallo, ich bin ein Drachi. Drachi, hast du einen den Schlafplatz gefunden, ja? Nein, immer noch nicht. Drachi, was machst du mit unserem Couchtisch? Lass mich den ruhig, baust einen Schlecht. Lecker, Mutter. Hm, aber darf ich das essen? Nein, Drachi, das ist nicht zum Essen gedacht. Na gut, liebend Schnee, Schnee ist, ah, Schnee. Aber Drachi, du bist doch ein Feuerdrache, Schnee tut dir doch gar nicht gut. Ja, weil ich nicht so kalt. Ja, das ist ja toll. Papa, ich wills, ich wills. Darf ich jetzt, du das, darf ich MacPick? Ja, wir gehen ja zu MacPick. MacPick, 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 MacPick. Danach. Dacken Saar. Well, das geht, wir sehen uns um unsere Sonnenk Bolt ist. Man kann auch nicht, wir wünschen viele Schlafplatz haben. Wir machen uns um unsere Sonnenk Bolt, Und dann haben uns für etwas Schlafplatz und Lyck.